Mein Austauschschüler aus Paris war sicherlich Fan von Bremerhaven Er zeigte mir den Place de la Bastille, ich zeigte ihm menschenleere Straßen Meinem Austauschschüler aus Paris hat Bremerhaven echt was gebracht Er zeigte mir, wie man genießt, ich zeigte ihm, wie man das Beste draus macht Paris, Bremerhaven, Paris, Bremerhaven Zwei Giganten, die allein zusammen wären stark sind Paris, Bremerhaven, Paris, Bremerhaven Weltweit schon lang, Top 2, da kannst du jeden fragen